deine folien hinterlegen oder oder aufrufen und thomas lohniger ist benutzt er im pronomen ist geschäftsführer von epi center works beziehungsweise in der geschäftsführung von epi center works und epi center works und den tom kennen wahrscheinlich die meisten von euch hier epi center works hat im letzten jahr relativ viel dazu getan über indem sie die corona regeln analysiert haben ob sie grundrechtskonform sind zum beispiel auch die corona app die tracking app evaluiert und der tom wird uns heute vom covid pass das ticket ins normal in ein normales leben vortragen bitte thomas danke erwin ja also wie jeder titel mit einem fragezeichen das kennt ihr von der zeitung ist die antwort auf die frage nein aber dieses wording kommt von unserem kanzler sebastian kurz der gemeint hat so ein corona pass sei das ticket für ein normales leben natürlich ist die impfung das aber trotzdem ist es ein wichtiges thema das nicht nur in österreich sondern auch in europa gerade viel bewegt und deswegen haben wir es uns angeschaut weil dieses thema auch ein wirklich einige ethische und netzpolitische dimensionen hat somit schaue ich dass ich hier okay so kann ich weiterklicken also ganz grundsätzlich kann man sich ja fragen wieso haben wir das oder brauchen wir das überhaupt wir haben doch alle diesen schönen gelben impffass das ist ein who standard den gibt es überall auf der welt der ist günstig heute verfügbar und für ein globales problem bei einer pandemie doch eigentlich ganz gut geeignet ja leider ist das nicht der weg in den die politische debatte geht im moment wir haben schon im mai 2020 vielleicht hat das jemand mitbekommen sehr stark thematisiert dass in österreich gerade ein elektronischer impfpass eingeführt wird das kann man als vorstufe zu einem covid pass verstehen ein elektronischer impfpass ersetzt dieses gelbe who impfpässchen auf papier und das argument war wie so oft bessere statistik bei der ug-novelle ist ja auch der grund wieso man leute aus der uni raus hat bessere statistik ja dieser impfpass ist dann in der pandemie beschlossen worden und inzwischen auch schon in kraft also so gut wie jede impfung vor allem auch jede covid 19 impfung wird dort inzwischen eingetragen und wichtig zu verstehen ist dass dieses system nicht nur der impfpass ist sondern ein covid pass beinhaltet test sowohl pcr wie antigen test also schnell test die aber jetzt natürlich nur eine gültigkeit von 24 bis 72 stunden haben und aber auch genesungen und die damit einhergehende immunität die in vielen fällen aufgebaut wird diese drei bausteine sind verbunden in diesem system und sie sind auch gleichgestellt zueinander spricht dieser ausweis der jahre am ende wie wir sehen werden mit einem ampelsystem passiert also bin ich rot bin ich gefährlich bin ich grün bin ich ungefährlich für alles scheinbar der setzt diese drei dinge auf einer stufe auch wenn sie eigentlich sehr große unterschiede zwischen sie zwischen sich haben ich kann zum beispiel geimpft sein und trotzdem wieder positiv testen also das ist möglich es gibt einige fälle wo man wieder pcr positiv ist das heißt dass man wahrscheinlich trotzdem keinen schweren verlauf haben wird man kann aber für andere leute ansteckend sein gerade mit gewissen mutationen wissen wir schon dass es hier eben eine große unterscheidung gibt ja grundsätzlich steht hinter dieser ganzen debatte die frage ob wir impfprivilegien haben wollen also jetzt wo wir uns zum glück langsam aus dieser pandemie herausbewegen zumindest in westlichen ländern stellt sich natürlich die frage wie schaut dieser übergang in ein normales leben aus und da ist eine ganz wichtiger punkt dass man versucht eben eine unterscheidung zu machen dass wir haben das in österreich schon ganz simpel gehabt bei den eintrittstest für körpernahe dienstleistungen das würde ich auch prinzipiell das unkritisch bezeichnen weil jeder kann sich testen lassen nicht jeder kann sich impfen lassen ganz einfach weil die impfung nicht verfügbar ist aber dann bei menschen mit zum beispiel auch die immunerkrankungen oder weil sie schwanger sind auch gar nicht in der lage sind sich impfen zu lassen und wir reden hier potenziell eben wirklich von einem system das in der breite der gesellschaft ausgerollt wird sprich der starke wirtschaftliche druck wieder aufzumachen verbindet sich hier mit dem druck so ein system einzuführen und wir kennen alle die debatte rund um hygienekonzepte in der kultur im sport bei der wirtschaft und hier ist natürlich dass ein wichtiger baustein auch für diesen wirtschaftlichen druck und der würde natürlich auch zu einer massiven verbreitung dieses systems führen und das muss man einfach mit bedenken dass hier nicht nur die anbieter von so einer software dahinter stecken als potenziell interessierte an einer breiten ausrollen sondern auch große teile der wirtschaft und dass die verbreitung wahrscheinlich besser sein wird das alles was man jemals mit werbegeld kaufen könnte das ganze ist eben leider nicht ein system das auf papier basieren wird sondern es muss eine app sein das ist von unserem anfang auch in frage gestellt worden der zug ist aber leider abgefahren also eine offline variante davon wird es nicht geben dieser qr code wird auch aus papier ausgehändigt werden also man versucht sowohl in österreich wie auch auf europäischer ebene der realität rechnung zu tragen dass die meisten menschen die heute geimpft werden eben kein apple smartphone haben sondern wenn überhaupt dann ein granny phone und eben ganz viele menschen die heute schon geimpft sind eben gar kein smartphone haben deswegen wird das ganze auch auf papier zur verfügung stehen aber die ein was wir vorgeschlagen haben dass man im gelben WHO impfpass einfach einen hologram sticker reingebt den für dadurch vielleicht auch diesen pass aufwertet und sicherer macht der idee ist man nicht gefolgt zur begriffsbestimmung die eu spricht von digital green certificate der begriff hat sich auch in österreich durchgesetzt wir sagen schon eher kobe passt dazu weil wir glauben dass das der passendere begriff ist hier geht es um eintrittstest sowohl in länder wie auch in betriebsstätten und digital green certificate für die meisten menschen wird dieser pass nicht grün sein sondern eher rot und vor allem wenn der gelbe WHO pass dann gegenüber dem grünen zertifikats pass sich bewähren muss wir glauben dass gruppe pass der bessere begriff ist und es gibt hier schon einige länder die noch vorne geprescht sind das erste war israel dann ist dänemark mit einer ankündigung rausgegangen das israelische system was sehr leicht fälschbar es gibt einen schwarzmarkt für impfzertifikate in israel inzwischen in dänemark hat man das einfach in bestehende gesundheits apps integriert in ungarn hat man einfach plastikkarten per post zu den leuten verschickt die schon geimpft wurden zumindest ist das der plan dort meinen ungarischen kolleginnen ist da noch nichts verschickt worden über österreich sprechen wir gleich noch in deutschland hat man sich besonders angestrengt und ein system mit sage und schreibe fünf blockchains auf den weg gebracht das österreichische system erlaubt einem wenn man getestet ist über gesundheit gv at dieses testergebnis einzusehen das heißt man kann sich dort ein pdf runterladen und da steht man einfach nur drauf dass man negativ ist glück gehabt und das wichtige ist aber hier links oben dieser qr-code das ist der kern des gesamten österreichischen systems es ist eigentlich nichts anderes als eine url zu einer webseite in einem qr-code verpackt in aller trivialität muss man festhalten was besseres ist ihnen nicht eingefallen hinter diesem qr-code ist wirklich nur eine einfache url und wenn man dann sein handy da drauf hält kommt auch eine url die einem sein handy vorschlägt aufzurufen und wenn man auf diese website geht sieht man ein simples wieder rot gelb grünes testergebnis mit den initialen der person ihrer ihrem geburtsjahr und dem testzeitpunkt wodurch die person eindeutig identifizierbar ist und ja das ganze ist natürlich sehr leicht fälschbar man muss nur diese webseite klonen in photoshop sich so ein pdf bauen und den qr-code kann man sich selber generieren also an sicherheit und fälschungssicherheit schlechter hätte man es nicht machen können als hier in österreich das ist die architektur im hintergrund ich gehe nicht darauf ein es ist ein ziemliches trauerspiel wenn man mal schaut im kern die entwicklung wird vom bundesrechenzentrum gemacht im auftrag des gesundheitsministeriums und es gibt hier auch einfachere folien das ist alles was wir an komplexität brauchen wir schauen uns mal nur die rechte seite hier an wo man sieht dass alle möglichen datenquellen wie zum beispiel der elektronische infos der bei der elga liegt alle möglichen tests oder screening datenbanken die auch negative tests beinhalten das epidemiologische meldesystem in dem alle positiven tests drinnen sind also alle menschen die kobe das anzeigepflichtige krankheit in den staatlichen datenbanken haben und all diese daten werden dann in das sogenannte ep system überführt und da kommen wir in die tagespolitik vor zwei tagen hat der bundesrat es geschafft zu blockieren dass dieses ep system wirklich gesetzt wird das heißt der zentrale baustein für dieses österreichische system ist an einer blockade der opposition gescheitert eigentlich hätte die opposition keine mehrheit gehabt weil landeshauptmann dosko ziel seine bundesräte angehalten hat doch mit der regierung zu stimmen aber dann waren zwei drei kiesgrüne bundesräte krank und deswegen ist das gesetz jetzt mal für eine zeit aufgeschoben was uns eine möglichkeit gibt eben weiter daran zu arbeiten das auch nachhaltig zu verhindern wohlgemerkt es gibt eine wackelige rechtsgrundlage für die testzertifikate ob die wirklich hält ist unklar aber für einen ausweis für impfungen oder genesungen dürfte es unsere rechtserfassung nach im moment keine grundlage in österreich geben kommen wir zum anderen teil dieses systems der prüfung also im kern ich kann ich komme da irgendwie zu meinem qa code entweder auf ein stück papier oder über ein online portal und dann wenn ich kontrolliert wäre hier ganz unten das schöne mäxchen mit dem polizeihut dann muss ich nicht nur den qa code herzeigen sondern auch mal den ausweis und das ist gut so weil ein elektronisches identitätssystem gibt es in österreich nicht wirklich und auch in ganz europa nicht einheitlich sprich die kontrolle ob der mensch für den dieses zertifikat ausgestellt wurde auch derjenige ist der vor einem steht das kann nur offline mittels ausweis passieren und im kern in der sede links unten wird es ein auf ein ampelsystem hinauslaufen wo man auch kritisieren kann ob eben diese falsche sicherheit dass man jetzt gar nichts darf oder sicher nichts mehr halten muss ob das wirklich die richtige handlungsanleitung ist und ja aber im kern ist das hier sozusagen mal die architektur in österreich die ich gerne vergleichen würde mit der stop corona österreich wollte hier unbedingt an erster stelle sein wir haben sehr früh mit einer entwicklung begonnen also das system des bz war dem vernehmen auch im sommer letzten jahre schon fertig und ist dann einfach hier gelegen bis wir es angeschalten haben und es ist wirklich von dem was wir in den ersten terminen mit dem gesundheitsministerium gesagt haben war mach doch einfach eine zertifikatsinfrastruktur signiert das was sie den leuten ausstellt macht eine offline überprüfung das ist viel sicherer viel datenschutz freundlicher viel fälschung sicherer und trotzdem hält man an diesem zentralen system fest ich habe vorher gesehen ein qr-code wird hier mit einer kamera gescannt im europäischen system auf das ich gleich zu kommen zu kommen werde ist das ganz anders also wieso ziehe ich die analogie zu stop corona app weil es wieder ein nationaler schnellschuss ist der in eine sackkasse führt und meine befürchtung ist dass wir über dieses wir müssen jetzt aber im april noch unbedingt mit was rausgehen wahnsinnig viel vertrauen in der bevölkerung wieder verspielen werden ein fehler anfälliges buggy system wird in die breite getragen dort zerrissen werden von allen und dann am ende wenn ein sauberes eu system am tisch liegen würde ist das vertrauen der bevölkerung weg die stop corona app ist jetzt wo sie auf das globale system umgestellt hat aus datenschutz sicht unbedenklich und in deutschland und großbritannien leistet die einen wertvollen beitrag zur pandemie bekämpfung in österreich ist die stop corona app tot und ich befürchte auch dieses system wird aufgrund von kurzfristigen politischen aktionismus nicht dazu führen dass wir wirklich einen langfristigen erfolg bei der bekämpfung dieser krise haben werden kommen wir nach europa um es ein bisschen optimistischer werden zu lassen am 17 märz hat ursala von der leyen ein eu gesetz vorgestellt das ist eine verordnung die wir uns jetzt näher anschauen wollen die aus unserer sicht vieles richtig macht grundsätzlich ist dieses system technisch das was wir dem gesundheitsministerium schon anfang märz empfohlen haben eben eine private key infrastruktur wo die zertifikate signiert sind dadurch fälschungssicher und es ist eine offline verifikation möglich das ist ein sauberes system das man auch global ausrollen könnte das gesetz verpflichtet mitgliedstaaten diese zertifikate gratis auszustellen aber für alle die es wollen es gibt keine verpflichtung für die bevölkerung diese zertifikate auch zu beantragen man kann die auch ungefragt zu schicken das grundproblem wie wir sehen werden ist aber eher dass so etwas wie reisefreiheit oder das teilnehmen am gesellschaftlichen leben unter umständen für jene die sich diesen system nicht anschließen auch nicht mehr möglich sein wird und ein guter punkt in dem gesetz ist noch dass jene grenzkontrollposten die dieses diese zertifikate kontrollieren die daten der zertifikate nicht vorhalten dürfen nicht speichern dürfen sondern die müssen sie sofort löschen in diesen zertifikaten steht fast alles drinnen also wirklich bis zu die einzelnen impf charge die ich initiiert bekommen habe und das heißt es sind schon relevante personenbezogenen daten im klartext in dem zertifikat drinnen und wichtig ist noch zuletzt dass dieses gesetz sich einzig und allein auf freedom of movement also der reisefreiheit und personenfürzügigkeit innerhalb der europäischen union darauf fußt und das heißt eine betriebsstättenkontrolle oder sowas ist nicht vorgesehen mit diesem gesetz kommen wir zum technischen hintergrund wir sind ja der netzpolitische abend aber ich schaue dass ich das simpel halte das ist der technische hintergrund dieses systems die eu war da auch weiter transparenter als österreich und wir sehen hier einen wichtigen punkt offline verifikation workflow das ist ein pfeil der sich im kreis dreht sowas ist immer schön für die technik weil das heißt da wird nichts irgendwo hingeschickt sondern in dieser app die den qa-code scannt sehe ich ist der gültige oder nicht und niemand kriegt mit dass ich jetzt gerade diesen qa-code gescannt habe das heißt niemand weiß dass ich gerade im restaurant war im museum war oder auf der illegalen sex party in brüssel mit meinen kollegen von fidesch all das also dieses system der eu könnte man auch bei mafia veranstaltungen verwenden und es wäre komplett untraceable dass die sich jetzt hier gegenseitig gecheckt haben ob sie e-safe sind das problem ist diese gestrichelte linie in der mitte das ist eine online verification die vor die die vorgesehen ist die in planung ist wenn das kommt dann würde der mitgliedsstaat der mir dieses info der genesungszertifikat ausgestellt hat jedes mal mitbekommen wenn ich ihn irgendwo eintritt verlange bei einem land bei einem restaurant bei einer sex party whatever und das ist natürlich etwas wo was ist einerseits nicht braucht es ist nicht das gelinderte mittel und zweitens dem vernehmen nach auch etwas das österreich hier übrigens rein verhandelt hat also wir haben hier im gesundheitsministerium besondere experten sitzen die sich auch auf eu ebene scheinbar für ein solches system einsetzen und argumentation dafür ist quarantäne kontrolle wenn jemand geimpft ist und danach positiv wird will man das impf zertifikat invalidieren und was blödsinn ist weil auch wenn ich pcr positiv bin ich bin immer noch geimpft und in der medizinischen bewertung haben beide fakten ihre wertigkeit müssen zusammengelesen werden und da es gäbe da auf jeden fall auch gelindere mittel mittels revocation list oder anderen verfahren probleme bei dem eu system ist dass im moment noch die mitgliedsstaaten entscheiden ob diese zertifikate auf papier oder online ausgegeben werden das ist vor allem in vielen der union internetverbindungen haben teilweise nicht mal e mail accounts haben ein großes problem wir sehen das bereits in ungarn in ansätzen in romersiedlungen und deswegen braucht sie änderungsanträge dass die leute entscheiden können über welche form sie dieses zertifikat ausgestellt bekommen wollen es gibt eine neue regel dass reisebeschränkungen zwischen eu ländern notifiziert werden müssen also wenn man grenzkontrollen macht muss man vorher bescheid geben allen anderen ländern diese notifizierung gilt aber nur für menschen die so einen cobit pass haben wenn ich menschen die kann cobit pass habe auf einmal in der grenzkontrolle aufhalten will müsste ich das nicht notifizieren was aus unserer sicht auch ein großes problem ist und zuletzt das system hat keine richtige sunset klaus sondern wenn der präsident der who die pandemie für beendet erklärt entscheidet die kommission unabhängig davon über eine pausierung des systems also das wird nur schlafen umgelegt es bleibt weiterhin bestehen vorletzter punkt das ganze ist auch vor dem hintergrund von fortress europe zu sehen es ist absehbar dass wir hier auch bald mal so sätze hören wie ja asyl nur mit impfass oder mit cobit pass diese diese idee die europa hier gewährt dass man einen einen international anerkannten who im pass ablöst mit etwas elektronischen und die mitgliedsstaaten kümmern sich dass das ausgestellt wird ist halt für den großteil der länder dieser welt absolut illusorisch weil der staat das nicht hergibt weil er die daten gar nicht hat und weil auch die verfügbarkeit und performance von bürokratie einfach nicht demnach ist dass man das wirklich verlangen kann also hier wird schon auch eine neue unterscheidung getroffen die glaube ich bei internationalen reisebeschränkungen noch ganz lange nachwirkungen haben wird was mich zu meinem letzten punkt bringt und zwar wir müssen uns jetzt wo wir langsam doch aus der pandemie herauskommen immer mehr die frage stellen welche permanenten strukturen uns danach bleiben werden also es ist alles unter einem notfall gemacht worden was wir an gesetzen gesehen haben was an systemen etabliert wurde was an neuen datensammlungen geschaffen wurde und ich fände es äußerst negativ wenn wir uns am ende der pandemie noch alle daran gewöhnen dass wir qa code scannen müssen bevor wir in irgendeiner betriebsstätte reingehen und ich hoffe dass das ein minimal inversives system wird wir haben auf eu ebene den zeitplan so dass wir in einer urgency procedure sind im april wird die erste lesung abgehandelt wir arbeiten gerade an änderungsanträgen mit mehreren parteien und das system soll anfang juni bereits live gehen was äußerst ambitioniert ist aber das ist im moment die richtung in die es geht und damit will ich schließen vielen dank für die aufmerksamkeit vielen dank thomas für den ebenfalls extrem interessanten vortrag wir haben jetzt auch noch mal die möglichkeiten für zwei drei fragen falls es also noch fragen hierzu gibt was ich schon mal sagen kann die barbara wimmer eine hoferragende journalistin übrigens auch beim netzpad dabei hat eine frage keine frage sonst eine anmerkung gestellt und zwar dass auf ihren letzten artikel eine rückmeldung von der regierung kam mit dass es nur eine übergangslösung bis ende april wäre ja ja also wir hören wir hatten gestern eine runde mit dem gesundheitsministerium mit dem verantwortlichen von der arbeitsgruppe und dem krisenstab und dann man hört jetzt gerade alle möglichen sachen und es ist auf jeden fall klar dass jeder alleingang in österreich bevor das eu system spezifiziert ist eine sackgasse ist dass man mehr oder weniger jeden code den man jetzt schreibt sowieso wegwerfen muss sondern wirklich eher jetzt geboten ist eine saubere eu lösung hinzubekommen die datenschutz freundlich ist und dann die möglichst zeitnah umzusetzen ich glaube nicht dass es uns was bringt jetzt die leute auch an eine koa basierte lösung zu gewöhnen wo sie nachher umlernen müssen also das was die barbara sagt stimmt auf jeden fall und eigentlich müsste das ministerium dann nur seine eigenen aussagen werden und einfach mal am monat nix tun wir haben da genügend probleme die dringender wären als neue software zu schreiben dann sehe ich die erste frage nämlich warum hat man nicht einfach die mobile player google facebook amazon und so weiter ins boot geholt klammer auf abseits vom datenschutz klammer zu die haben system hätte man wenigstens temporär verwenden können bezüglich kurzfristig stopp corona also ich halte es für sehr wahrscheinlich dass bei apple und google auch über dieses problem nachgedacht wird und man vielleicht auch schon an systemen arbeitet vor allem auch in kenntnis von dem 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 sehr unübersichtlichen und eine uneinheitlichen zustand in den usa was im zertifikate angeht ja also ich dass die liste an ländern vorher war nur ein ausschnitt es gibt das natürlich auch in china und in anderen ländern wieso wir jetzt in europa nicht auf die amerikanischen tech konzerne setzen naja hier geht es um sensible gesundheitsdaten ganz einfach und ich will nicht dass es irgendeine integration in die systeme dieser konzerne gibt bei solchen daten ich glaube das hätte nachhaltig vertrauen zerstört wenn die sich auch hier selbst in diese rolle gesetzt hätten und ja was gibt es zuletzt noch zu sagen im kern natürlich die haben funktionierende systeme und gute entwickler nur das hier ist schon im kern eine staatliche aufgabe also wer ist geimpft und getestet das ist eine information die in vielen staatlichen datenbanken vorliegt auch nicht in allen eu ländern übrigens standardisiert und zentralisiert aber die dann irgendwie tech konzern zu geben nur damit die eine ausweis software bauen ist schlechter die nächste frage wäre wird das österreichische system oder das europäische system angeglichen dem vernehmen nach ja und genau da gibt es unterschiedliche aussagen die ich gehört habe also scheinbar gibt es da leute in der regierung die glauben dass was man hier in österreich macht wäre kompatibel zu dem was die eu gerade plant das ist absolut nicht der fall und jeder der sich auch noch andeut technisch auskennt kann das irgendwie mit einem geschlossenen auge erkennen trotzdem ist es aber etwas das wir von mehreren seiten schon gehört haben wie gesagt der kurz hat sich doch ist schon irgendwie auf die fahne geheftet dass er der eu diesen diesen profit pass eingeredet hätte in wirklichkeit müsste sich nur zurücklehnen und nichts tun und er könnte die lorbeeren einstreifen das was jetzt gerade entwickelt wird ist wirklich strunzdumm und und eben nicht kompatibel mit dem was die eu macht weil das eine ist eine url die auf einer website zeigt wo irgendwas draufsteht was stimmen kann oder nicht und das andere ist ein zertifikat in einem qr-code das signiert ist wo ich genau von kommission oder bho abwärts schauen kann stimmt das vertrauen und wo ich überprüfe mit dass einer app die das alles auslesen und interpretieren kann und eben nicht mit einer handykamera also es ist nicht dasselbe und es anzugleichen wird nicht funktionieren die vorletzte frage ist habe ich das richtig verstanden beim eu pass sind die zertifikate opt-in also wenn man keines anfordert werden auch keine daten erfasst ja und die wenn man keines anfordert und wird einem keines ausgestellt die daten sind in den allermeisten fällen so oder so schon vorrätig also in österreich gibt es die schon länger in der einen oder anderen form manche haben wir in der pandemie ist geschaffen in anderen eu ländern weiß ich nicht wie es ist in deutschland ist zum beispiel nicht auf bundesebene zentralisiert gespeichert wer jetzt getestet ist oder geimpft das bräuchte man aber wenn man das über über den bund ausstellen will wie es in portugal in griechenland ist in finland kann ich überhaupt nicht sagen und und die verordnung sieht nur vor dass der staat auf antrag ist ausstellen muss woher die daten bekommt ist die verordnung unklar und die letzte frage ist besteht die chance die kohle pässe mit einer dezentralen self-serain identity architektur umzusetzen sie zum beispiel european self-serain identity framework kurz esiv ich finde schön dass der markus genau die richtige frage stellt ich glaube es hätte vor ein paar jahren diese debatte also vor ein paar monaten so lange ist die pandemie auch noch nicht hätten diese debatte führen können jetzt ist es viel zu spät also der zeitplan ist klar die wollen anfang juni mit dem ding raus und und irgendeine self-sovereine lösung ist ist wir sind lichtjahre entfernt davon überhaupt irgendeine harmonisierung bei elektronischer identität zu haben und wir müssen hier in sehr kurzer zeit ein sehr komplexes system in 27 staaten aufziehen ich glaube nicht dass wir etwas besseres bekommen als das was die kommission jetzt hier auf den tisch gelegt hat am 17 märz und es geht eher darum schlechte nationale systeme stichwort fünf blockchains abzuschaffen und das europäische system zu verbessern die architektur diskussion dafür fehlt uns die zeit und ich befürchte auch dass die grundsatzfrage auch nicht mehr zu stellen ist das ding wird kommen wir können nur noch versuchen so datenschutz schonend wie möglich zu bauen und 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 und